Wenn ich jetzt hier den Hebel drücke, müsste ich wieder abtauchen. Es war schon immer unser Traum, ein Fluggerät zu bauen, mit dem wir wirklich selber fliegen können. Wir haben jetzt noch ein bisschen was umgebaut, alles aus Alu geschweißt, viel stabiler gemacht. Unser selbstgebautes Badewanen-U-Boot ist jetzt erstmal fertig. Ihr habt uns über 3000 richtig gute und kreative Namensvorschläge geschrieben. Wir bauen verrückte Sachen, machen irgendwie verrückte Aktionen und versuchen irgendwie Dinge umzusetzen, die sonst noch niemand so gemacht hat. Und zwar haben wir hier von Pascal von Elebus diesen Bus geschenkt gekriegt. Das müsst ihr unbedingt mal selber machen. Ihr müsst ja nicht ganz so hart übertreiben mit so einem riesen Beamer und einer riesigen Leinwand. Angefallen hat es eigentlich, weil wir unseren Freunden einfach zeigen wollten, was wir so draußen machen, weil wir haben immer bescheuerte Sachen gebaut. Irgendwann haben wir da angefangen, darüber Videos zu machen und die auf YouTube zu stellen. Und darüber hat es angefangen. Also überhaupt nicht jetzt, um YouTube-Videos zu machen, sondern halt für unsere Freunde. Mittlerweile leben wir ja schon seit zwei Jahren etwa davon. Und ich muss echt sagen, dass es der coolste Job ist, den man so haben kann, dass wir halt eigentlich alle unsere Kindheitstraume wirklich umsetzen können. Und genau, wir haben jetzt ein paar Freunde auch angestellt, auch festangestellt und wohnen hier zusammen in der coolen WG hier. Und ist schon so ein kleiner Traum, den man nehmen kann, auf jeden Fall. Wenn ihr Lust habt, da mitzukommen oder auch so wissen wollt, wie es weitergeht, dann folgt uns mal auf Instagram. Für unser Badewannen-U-Boot würde ich mir vielleicht vorher noch ein paar mehr Gedanken machen, ob man wirklich zehn Meter tauchen will, wenn es bei zwölf Metern implodiert. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Schutzengel dabei gehabt. Grundsätzlich versuchen wir immer, neue Grenzen aufzustellen, unsere alten Grenzen auch irgendwie zu überschreiten. Gerade die Grenzen zu überschreiten, die einem so gesetzt werden. Oder wo man denkt, okay, es ist nicht möglich, mit einer Badewanne zu fliegen. Es ist nicht möglich, einfach so selber privat so ein Ding zu bauen. Wir haben noch viele Ideen, was wir uns bauen wollen. Also jetzt als erstes kommt so ein Linienbus, wo wir mit einem, tatsächlich so ein ganz normaler Linienbus ums Mittelmeer fahren wollen, mit irgendwie zwölf Leuten oder so, zwölf Betten reinbauen, Küche und so. Dann haben wir überlegt, ein Haus unter Wasser zu bauen. Das ist auch relativ bescheuert, glaube ich. Mal sehen, was damit wird. Unser U-Boot ist auch noch nicht fertig. So ein richtiges Zwei-Mann-U-Boot, 1,4 Tonnen. Das wird auch noch ziemlich heftig. Also haben wir noch ein paar große Projekte am Start. Also ich habe mir Gott tatsächlich immer so als so ganz strengen alten Mann vorgestellt, der halt so, keine Ahnung, wenn ich irgendwas falsch mache, dann gibt es halt direkt Schläge. Ja, oder so ein Polizist halt, der wirklich da steht und die ganze Zeit aufpasst. Also wir haben ja schon immer ein bisschen Probleme mit Regeln gehabt. Und da war das immer so, dass ich auch so gedacht habe, Gott ist bestimmt so einer, der steht oben mit so einem Rohrstock in der Hand, so ein alter Mann, der überhaupt gar keine Freude hat und auch keine Lust hat, dass wir irgendwie Spaß im Leben haben und uns erst recht jede Freiheit nimmt. Ich glaube, dass wenn man Gott wirklich mal richtig kennenlernt und wirklich Erfahrungen auch mit ihm macht und wirklich sein Herz so versteht, dass man dann ein ganz anderes Gottesbild bekommt, sondern dass Gott eben genau das Gegenteil ist. Also Gott ist nicht nur die Liebe, sondern er will auch wirklich für uns einfach das Beste und er weiß, glaube ich, dass wir sehr abenteuerlustige Menschen sind und er hat uns auch so geschaffen. Samuel hat gerade gesagt, meine Lieblingspfadbelegung ist mich zu überschlagen. Das stimmt tatsächlich. Und deswegen hat er genau dieses perfekte Leben für uns auch vorbereitet und er schenkt uns nicht nur Freiheit, sondern auch dieses Leben in Fülle, also wirklich das Real Life, also wir heißen ja auch die Real Life Guys. Und wie war's? Kann ich euch das abkaufen? Ich glaube, wo ich das wirklich so erlebt habe und einfach Gott auch mit in den Alltag genommen habe, haben wir beide das so krass erlebt, dieses Leben in Fülle, was Gott einem wirklich schenkt. Bei mir kam die erste Krebsdiagnose mit 16 Jahren und zwar genau an dem Höhepunkt von meinem Leben. Also bisher immer auch die zweite Diagnose kam immer gerade da, wo alles so richtig bergauf ging und wir gerade so oben an der Spitze waren und damals haben wir so Naturfotografie gemacht und so. Wir waren damit sehr erfolgreich und wurden nach Berlin eingeladen auf irgendwelche Festivals, haben Preise gewonnen und so weiter und genau da kam dann die Diagnose. Ich habe am nächsten Morgen meine Bibel aufgeschlagen und habe so gesagt, also ich habe dieses alte Buch halt auf meinem Nachttisch so da liegen sehen und habe so gedacht, okay Gott, du hast meine Frage gehört und du hast jetzt eine Chance. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich dieser Gott bist, dann gebe ich dir jetzt eine Chance mir zu antworten und ich schlage halt die Bibel auf und habe gerade in Hiob aufgeschlagen, wo steht Gott antwortet und habe das gelesen, wo Gott dann sagt so, warum, also du kleiner Mensch, warum fragst du nach dem Warum? So, ich habe dich geschaffen, ich habe die ganze Welt geschaffen, ich habe alle Tiere geschaffen und guck mal, wer du überhaupt bist und das hat mir Gott so ein bisschen gezeigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vorher in meinem Leben eben noch nie gewusst habe, was Angst ist. Also ich habe nie Angst gehabt, als ich im U-Boot saß oder als ich selbst in der fliegenden Badewanne untersuchte. Ich mache mir da keine Gedanken drüber, dass ich eventuell auch nicht überleben könnte, obwohl wir sehr riskante Sachen schon gemacht haben in der Vergangenheit. Aber in dem Moment, wo ich die Diagnose halt bekommen habe, habe ich wirklich so gemerkt, dass ich mein Leben null unter Kontrolle habe und dass ich alles, was ich gerade plane, überhaupt nicht von mir aus umsetzen kann. Also ich kann nichts planen, ich kann keine Beziehungen eingehen, ich kann keinen Kredit aufnehmen, gar nichts, wenn der Tumor auch jedes Mal wieder zurückkommen kann. Also gerade bei der zweiten Diagnose habe ich wirklich so eine richtig krasse Existenzangst bekommen. Ich denke, das erste Mal in meinem Leben war das, wo ich wirklich Angst gekriegt habe und bin da auch in irgendwie so ein Loch gefallen, wo ich wirklich nochmal gemerkt habe, okay, ich brauche da Hilfe, ich komme da alleine nicht mehr raus. Diese Angst kann mir auch niemand nehmen, weil selbst der beste Psychologe der Welt wird mir niemals diese Angst nehmen können, weil das eine berechtigte und begründete Angst ist. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass Gott mir die dann wirklich tatsächlich weggenommen hat. Der Moment ist ein sehr spannendes Thema, weil ich denke, dass es auch kein Zufall ist, dass ich im Moment gerade wieder eine dicke Beule auf der Brust habe. Und zwar ist es tatsächlich so gekommen, dass ich ja im Sterben lag. Also ich war wirklich an der Situation angekommen, wo der Arzt gesagt hat, das sind die Blutwerte von einem Sterbenden. Und ich wusste da auch nicht mehr genau, wie ich weitermachen soll und lag wirklich nur noch im Bett. Ich konnte auch nicht mehr aufstehen, ich konnte gar nicht mehr zum Arzt gehen. Gott hat mich aus dieser Situation rausgeholt. Also der Arzt hat wirklich dann konkret gesagt, wenn sie jetzt die Chemo und so weiter ablehnen, dann müssen sie sich jetzt ganz auf ihren Jesus verlassen, der muss sie da rausholen. Das hat Jesus gemacht, also er hat mich definitiv gesund gemacht und jetzt auch zwei Jahre wirklich richtig fett gemacht und auf die Beine gestellt und so weiter. Aber genau an dem Tag, wo ich mein Buch, wo ich das Manuskript abgeschickt habe, habe ich in den Spiegel geguckt und habe gesehen, Mist, ich habe wieder zwei Beulen auf der Brust. Und das war bisher bei mir immer das Anzeichen, dass eben der Tumor zurück ist. Und erst mal bin ich schon in so ein kleines Loch gefallen, in so ein großes Loch gefallen und war da wirklich erst mal ein bisschen fertig. Habe gedacht, okay Gott, was soll das? Es war nicht meine Idee, das Buch rauszubringen. Es war nicht meine Idee, so viel für dich zu machen und so weiter. Warum kümmerst du dich nicht um mich? Und dann habe ich aber drüber gebetet, auch mit dem Johannes, der war dann auch da. Habe ich ihm das dann auch gezeigt und so. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann hat mich Gott krass wieder rausgeholt und hat zu mir gesagt, lass dich mal davon nicht abhalten. Selbst wenn der Tumor wieder da ist, selbst wenn du an Krebs stirbst, dein Zeugnis ist nicht kaputt. Und das Interessante ist, dass ich jetzt genau gestern war ich beim MRT und habe jetzt wirklich noch mal medizinisch das auch abklären lassen. Und ja, ich habe definitiv einen fetten Tumor in der Brust und rein medizinisch gesehen, der Arzt gibt mir noch ein paar Wochen bis Monate so zu leben. Also ist an sich jetzt keine so schöne Situation. Andererseits weiß ich ganz genau, auch die Knochen sind ihm jetzt schon befallen. Trotzdem weiß ich ganz genau, dass Gott mich komplett in der Hand hat und ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Also das ist, finde ich, auch das, was mich am krassesten beeindruckt, so am christlichen Glauben, dass Gott sagt, ja, wir sollen sein wie die Kinder. Und wenn früher du zu deiner Mutter gehst und sagst, ja, ich habe mir wehgetan oder so, dann kommt die Mutter und dann verarzelt die dich. Das ist ganz normal für dich. Du willst dir da gar keine Gedanken drüber machen. Und so geht es mir im Moment auch mit Gott. Also egal, was kommt, egal, ob der Arzt jetzt vor mir steht und sagt, ja, sie haben noch zwei Wochen oder zwei Monate oder was zu leben. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle, weil erstens werde ich genau dann sterben, wann Gott es will und nicht, wann der Arzt mir das sagt. Und außerdem glaube ich, dass Gott noch einen Plan für mich hat. Und ich habe in letzter Zeit so viele krasse Wunder erlebt. Von daher lasse ich mich jetzt durch medizinische Befunde nicht aus der Ruhe bringen. Von daher ist es im Moment eine sehr spannende Situation. Aber ich weiß, dass Gott heutzutage noch genauso Wunder tut wie damals. Der braucht einmal mit dem Fingerschlipsen, damit ich gesund, wenn er will. Wenn er nicht will, ist auch gut. Also von daher, das ist die aktuelle Situation.